Jesus hat den Tod überwunden. Jesus Christus ist nach dem dritten Tag, an dem er begraben wurde, vom Tod zum Leben auferstanden. Jesus Christus ist nach dem dritten Tag, an dem er begraben wurde, vom Tod zum Leben auferstanden. Während einige Frauen deprimiert waren und mit der Suche nach dem vermissten Körper Jesu beschäftigt waren, erschien der Engel Gottes, um sie an die Schrift zu erinnern, dass der Erlöser vom Tod auferstehen und ewig leben sollte. Im Folgenden wird der Ablauf des Ereignisses erläutert, nun kamen sie am ersten Wochentag sehr früh am Morgen mit einigen anderen Frauen zum Grab und brachten die Gewürze, die sie vorbereitet hatten. Aber sie fanden den Stein vom Grab weggerollt vor. Dann gingen sie hinein und fanden den Leichnam des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, da sie darüber sehr bestürzt waren, siehe, da standen zwei Männer in glänzenden Gewändern bei ihnen. Da sie sich aber fürchteten und ihr Antlitz zur Erde beugten, sprachen sie zu ihnen, warum sucht ihr die Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Erinnern sie sich, wie er zu ihnen sprach, als er noch in Galiläa war, und sagte, der Menschensohn muss in die Hände der Sünder ausgeliefert und gekreuzigt werden, und am dritten Tag auferstehen. Lukas 24, 1, 7 In der Zwischenzeit erschien Jesus selbst einigen seiner Jünger nach der Auferstehung und erinnerte sie daran, dass Gott es so bestimmt hatte, dass er vom Tod auferstehen muss. Lukas 24, 13-16, Lukas 24, 25, 27, Lukas 24, 36-42 Lektion Jesus Christus ist vom Tod zum Leben auferstanden Und Satan wird sich für immer schämen Der Feind hatte sein Schlimmstes gegen Jesus getan, aber er hat sich nicht durchgesetzt. Er deutete den Tod Jesu in der Erwartung an, dass er ihn für immer zum Schweigen bringen würde. Satan verlor jedoch seinen Kampf um Jesus. Der Tod konnte Jesus nicht lange festhalten, aber er ist auferstanden, um ewig zu leben. Außerdem hat die Auferstehung Jesu seinen Nachfolgern ewiges Leben beschert. Jeder, der Jesus als Herrn bekennt und ihn als seinen Erlöser annimmt, wird aus der ersten Todeserfahrung auferstehen, um ewig mit Gott zu leben. Tod und Hölle haben keine Macht über Christen. Christus wird seine Gläubigen am letzten Tag auferstehen lassen, und er wird ihnen den Schlüssel zum ewigen Leben geben. Halleluja! Das Gebet, gelobt sei Gott, Jesus ist vom Tod auferstanden. Gelobt sei Gott, Jesu, Auferstehung hat mir ewiges Leben beschert. Schande für den Teufel und Ehre für Gott. Ich bin ein gläubiger Jesu Christi und habe Anteil an seiner Auferstehung. Da ich ein wiedergeborener Christ bin, haben Sünde und Tod keine Macht mehr über mich. Jesus Christus ist mein Herr und Erlöser. Von nun an werde ich glücklich leben und das Evangelium Christi meinen Freunden, Nachbarn und der ganzen Welt verkünden. Halleluja! Christus regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alle, Amen. 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 Amen.